Kein Essen. Ist er immer noch unglücklich? Nein, doch ist er. Dann hier ist was. So, jetzt habe ich auch noch eine Wache, die hier gehört. Und da haben wir den gegnerischen Helden, der in 20 Minuten da durch will. Haben sie sich schon die Kisten abgeholt? Mal gucken. Ah, sie sind gerade dabei Kisten zu holen. Schmeißen wir mal welche hier rein, die sich die Kisten holen, dann geht das etwas schneller. Sehr gut. Leider kann ich keine Vorräte in Auftrag geben. Das ist schade, dass ich es so einfach sagen kann. Ich produziere jetzt hier kistenweise Sentry Traps. Und wie man schön sieht, ähm, Helden haben richtige Betten zum Schlafen. Also das hier ist ein Bett für einen meiner umgedrehten Helden, die beiden hier. So kann ich wenigstens die Tatsache, dass das einzige Portal auf der Karte hier ist, wenigstens kompensieren. Indem ich einfach gegnerische Helden nehme. Du hast 20 Minuten remaining. Ja, ich würde die 20 Minuten gerne mal überspringen, weil eigentlich bin ich vorbereitet. Hier anklopfen bringt eigentlich auch nichts, weil der ist mir viel zu gut, ähm, viel zu gut befestigt da, als dass ich ihn angreifen könnte. Also muss ich wirklich noch die 19 Minuten warten, bevor er hier rauskommt. Ein Sentry Traps wurde in deinem Werkzeug geöffnet in deinem Werkzeug. Hier kann ich noch mal. Obwohl die Behörden nicht auf ihren Beeren können. Das ist Payday. Deine Träger ist unter Druck. Das Geld hole ich mir da mal weg. Das ist zu gefährlich dort unten nämlich. Und hier verkaufe ich die Schatzkammer. So, Edge Bill. Die sind wohl durch den einen Helden eigentlich irgendwie hier unten gekommen. Äh, wo auch immer der noch mal war. Sehr schön. Ich könnte eigentlich doch ein bisschen hinne machen, indem ich mal die Tür einschlage. So. Ich nehme das Gebiet davor ein. Ich schnappe mir die beiden Ritter, die ich habe. Und die schlagen mir mal die Tür hier ein. Vielleicht kann ich dadurch den Druck etwas erhöhen. 17 Minuten noch warten. Ja, was kann ich in den 17 Minuten überhaupt noch machen? So, eigentlich dürfte das soweit. Den Heal All, den brauche ich dann wahrscheinlich nachher, wenn der, was ist jetzt? Achso. Die kleine Möchtegern-Helden-Truppe da will sich unbedingt mit mir anlegen. Ah, da soll ich... Dann sollen sie doch. Na, ich will das Skelette heilen, so. So, wir haben eigentlich keine Chance gegen meine kleinen Skelette, haben wir überliefert schon mal. So, acht Skelette können schon ziemlich heftig sein, jedenfalls gegen die irischen Helden. Oh, es geht schon los. Hehehe, sehr schön. Alles hier reinwerfen und Horny rufen. Und da ist er tot. Da kommt doch ein Horny. Horny hat einen Krieger. Das wusste ich doch gar nicht. Ja. Wenn jetzt da zwei gleich zwei Horny ist auf dem Bildaufbau, dann lache ich. Aber scheint nicht so. Ja, ja, sehr schön. Alarmfallen, das ist alles, was wir gekriegt haben, obwohl wir die schon in der Mission komischerweise hatten. Also, so kann man es auch machen, wie man gerade bei dem Skelett gesehen hat. Äh, einfach das Auge rausnehmen und um die Ecke linsen. Äh, nun gut. Ja. Ich würde mal sagen, kein Name eingeben. Wieder zurück auf die World Map. Ach, schade. Die Mission kann ich leider nicht mehr auswählen. Also wird das mit der Extra-Folge wohl doch nichts mehr. Aber so wie es aussieht, geht es jetzt dafür gegen, in der nächsten Mission, gegen unseren Erzfeind. Also gegen die erste Station des Gegners. Aber das sehen wir dann erst beim nächsten Mal, weil ich mache jetzt hier wieder einen Cut. Also, bis dann.